Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer! Das berüchtigte Januar-Loch, das früher zu dieser Zeit aktuell war, hat viele von seinem einstigen Schrecken verloren. Trüben Wintertagen begegnen wir heute einfach mit viel Bewegung an der frischen Luft oder noch besser mit einem Spaziergang in den nächsten Kotbladen. Dort hat es neben vielen anderen erfreulichen Aussichten für das Portemonnaie jetzt auch eine Raclette-Aktion. Um es gerade vorweg zu nehmen, Raclette en bloc kostet jetzt 13.90 Franken pro Kilo. Günstige kommen Sie also so schnell nicht mehr zum gemütlichen Raclette-Abend. Raclette ist übrigens der Exklusivmarke von GOP. Hergestellt in verschiedenen Schweizer Käsereien, aber gelagert, reif gepflegt und abhackt im Käeszentrum Kirchberg. Neben Raclette aus der Aktion gibt es den feinen Käse auch en bloc mit Peperoni, in praktischen Portionen vorgeschnitten, Natur und mit Pfeffer und ganz neu als Raclette GOP Naturaplan aus biologischer Milch und Produktion. Für den Fall, dass Sie schon lange kein Raclette mehr gemacht haben, hier noch ein paar lustige Bilder zum Anregen. Pro Person braucht man ca. 200g Raclette und 200-250g Geschwälte. Dazu passt auch ein knuspriges Bauernbrot oder ein Baguette. Nicht fehlen dürfen die pikanten Cornichons, Silberzwiebeln oder Mixed Pickles. Die Rinde darf man beim Raclette ja nicht abschneiden. Die wird beim Schmelzen schön knusprig und ist sehr aromatisch. Hingegen muss man schauen, dass der Käse nicht verkocht und das Fett ausscheidet. Das wäre dann schade um das feine Raclette. Weil es aber Leute geben, die Raclette überhaupt nicht mögen, zeigt Ihnen Armin Amrain jetzt, was man mit diesem Käse sonst noch machen könnte. Eine herrliche knusprige Packetpizza z.B. Grüezi miteinander. Pariser Brot leicht tosten und mit Olivenöl beträufeln. Dann Schinkertraschen und Tomatenscheiben braten und auf dem Toast verteilen. Frisch gehackten Oregano und wenn der fehlt, trocknen aus dem Gläschen drüber zu streuen. Mit dem Raclette Käse belegen und auf der obersten Schiene bei 250 Grad überbachen. Vor dem Servieren mit gehackten grünen und schwarzen Oliven garnieren. Frisch aus dem Ofen schmecken mit Käse überbachene Brot am besten. Sie können die Raclette Pizza also gut vorbereiten und kurz vor dem Essen noch schnell überbachen. Viel Vergnügen und auf Wiedersehen. Alles spricht vom Internet. Auch wir sind seit mehr als einem Jahr auf dem Netz mit dem Rezept von Armin Amrain. Aber nicht nur. Wenn Sie sich über GOB ganz allgemein informieren möchten, wenn Sie an Ernährungsfragen interessiert sind oder wenn es um eine Lehrstelle mit Zukunft geht, sind Sie auf der GOB Homepage an der richtigen Adresse. Auch unsere Seiten für die Snowboarder sind aktualisiert worden. Neben dem Borders Bazaar, dem Infoservice von Schweiz Tourismus und den kommenden Events, können Sie jetzt auch verschiedene Videos abrufen. GOB.ch – eine Adresse, wo man sich merken sollte. Günstige Angebote kommen Sie wie immer bei Radio TV Steiner über. Das OF 625 Olympia – ein Telefon mit Fax und zahlreichen Funktionen wie integriertem Beantworter, automatischer Umschaltung, Fernabfrage oder zeitversetztem Senden – offeriert Ihnen Radio TV Steiner für nur 299 Franken. Beim Kauf von diesem vielseitigen Gerät sparen Sie also ganze 170 Franken. Auch in den GOB-Läden können Sie morgen wieder sparen. Raclette en bloc – denken Sie an das Rezept, das Ihnen Armin Amrain gezeigt hat – kostet per Kilo 13,90 Franken. Oder Ramspinat Aluminuit von Goldstar – diesen gibt es für 3,50 Franken. GOB Sonnenblumenöl bekommen Sie für 2,70 Franken. Auch die Arni Schocci sind günstiger. Jede Tafel kostet nur 1 Franken. Ausserdem offerieren wir Ihnen ein Bratpfannenset mit Antihaftbeschichtung für nur 15 Franken. Und im GOB-Restaurant empfiehlt Ihnen der Küchenchef sein Kalbsfrikassee mit grünen Nudeln für weniger als 10 Franken. Falls sich das berüchtigte Januar-Loch, das ich am Anfang erwähnt habe, doch noch da oder dort aufsetzen sollte, könnte man es bei GOB jetzt ganz schnell stopfen. Mit diesem Tipp bin ich am Schluss für heute. Weiterhin einen schönen Abend. Auf Wiedersehen!